So Freunde, Ersteindruck Aeon Edition 5. Es wird drei verschiedene Modelle geben, erzähle ich euch aber auch gleich nochmal mit Mo genauer. Wir haben jetzt aber hier ein Modell. Ich erzähle euch ein bisschen was mit Mo darüber und dann rauchen wir das Ding. Hier stehen die Schätze schon vor uns und Mo, erzähl uns doch mal was. Aber das erste, was mir schon mal auffällt, ist die kantigere, modernere Form und die wunderschönen Pastell Bowl Farben. Holy Shit. Die Bowls, da haben wir auch lange, lange Zeit gesampelt. Ich glaube, da hatte ich drei Sample Bowls oder beziehungsweise Chargen, wo wir die Farben abgestimmt haben, bis es wirklich so ist, dass wir die Bowls jetzt auch in kürzester Zeit lieben gelernt haben. Wir haben vier Farben, einmal Mint, einmal Rose, das Slate, das Grau und wir haben noch einen Beigeton, Sandton. Den haben wir hier unten stehen, hier auch auf der Premium-Variante beziehungsweise auch in der Vitrine. Also Bowls ist erstmal Slate, Dune, Mint und Rose. Ich finde, wir haben zu Hause bei uns geshootet, riesen Fan von den neuen Bowls. Ich hoffe, sie gefallen euch auch so gut wie dem Team. Und Edition 5 von Grund auf, wir haben drei Versionen. Okay. Wir haben einmal die Lounge, das ist im Prinzip die Edition 4 Lounge überarbeitet. Wir haben das kantige Design, wir haben unten den Diffuser direkt dabei und was sich viele Endkunden als auch Lounges gewünscht haben, ist... Kein Tellerschliff. Wir haben einen Tellerschliff, aber unter dem Schliff kann ein Adapter befestigt werden, der wiederum mit der Rauchsäule verschraubt werden kann. Also du kannst es aussuchen. Du kannst es dir aussuchen, genau. Okay, perfekt. Also einfach, statt sich entscheiden zu müssen, was für die Leute am besten ist, beides machen. Genau. Okay, geil. Wir haben den Teller nochmal überarbeitet, natürlich auch optisch, wie man sehen kann, und ein bisschen dicker, das Ganze fühlt sich jetzt extrem massiv an. Krass. Ja, also wenn du den Einzelnen auch in der Hand hast, der hat schon ein gutes Eigengewicht. Preißig bleibt dir auch bei demselben Preis wie die Edition 4 Lounge und 269, optisch überarbeitet. Das Ganze haben wir auch bei der Lounge Plus Variante. Warum Plus? Weil du hier die Features verbaut hast. Wenn jemand sagt, ich brauche diese ganzen Spielereien nicht, ich will einfach nur eine schöne Pfeife, wo man schön mit rauchen kann. Dann haben wir die Lounge. Wir haben einen überarbeiteten Diffusor verbaut. Wirst du auch gleich schon sehen. Ja. Also natürlich auch bei den Plus-Varianten das überarbeitete kantige Design. Dann ein überarbeiteter Diffusor. Und was auch noch dazu kommt, ist, das Tauchrohr ist jetzt zur Hälfte teilbar. Der Wasserstand ist extrem hoch, aber durch den Diffusor hast du ein minimales Volumen, aber du ziehst trotzdem kein Wasser. Also raucht sich dann wie eine kleine Pfeife auf den Griff. Im Prinzip. Also der Anzug verändert sich dadurch auch nochmal extrem. So mit der Diffusor muss dann halt dran. Aber dadurch hast du halt ein extrem verringertes Bowl-Volumen. Ah, das ist schade. Warum habt ihr euch entschieden, den unten zuzumachen? Wir haben den unten zugemacht. Also wir haben es so geraucht und wir fanden es so besser. Auch gerade mit dem minimalen Wasserstand. So wie ich die Köpfe baue, habe ich hier ruckzuck Tabak drin. Aber gut, da ist ja ein bisschen Volumen. Wir haben es gut rausgespielt bekommen. Und ja, nicht nur das, aber auch die Löcher sind oben. Weißt du, das Problem ist meistens, wenn die Löcher unten sind und ein Diffusor aber unten Löcher hat, anstatt ein großes, verstopft er. Ich bin gespannt, ob das verstopfen wird. Ich habe die Pfeife wirklich mittlerweile sehr, sehr oft geraucht, auch zu Hause. Ich habe es immer wieder rausgespielt bekommen. Aber wenn du Angst hast, dass Tabak runterfällt, kannst du, ich muss jetzt gleich mal schauen, ob der... Habe ich dir jetzt ins Marketing reingespielt, oder was? Alles gut. Perfekto quasi. Ja? War das echt die Vorlage gerade? Wir haben natürlich auch einen kleinen Molassefänger verbaut. Also, ja, ich muss jetzt gerade mal schauen, ob der auch hier verbaut ist. Ist er natürlich nicht. Aber wenn wir rübergehen zu der Premium... Ist der Zubehör oder ist der dabei? Der ist bei den Plus-Varianten dabei. Okay, was kostet die Plus? Die Plus kostet 330. Also, da ist schon ein bisschen was draufgekommen. Aber sind noch ein paar Feature draufgekommen. Was ist das? Molassefänger. Der hält für einen... Ich habe den mit einem Must-Have-Kopf im Meerloch-Kopf getestet. Und das Ganze wird einfach hier reingeschraubt. In den Schliffanschluss vom Kopfadapter. Und das Ganze kann dann einfach wieder reingesteckt werden. Und das hat ihr für einen Must-Have-Kopf gereicht? Hat mir für einen Must-Have-Kopf gereicht zu Hause. Krass. Der kann halt eben schnell gewechselt werden. Die Idee dahinter, wenn ich jetzt sage, der reicht nur für einen Kopf. Und ich habe jetzt meinen Kopf geraucht. Und ich nehme dann meinen Teller und spüle den einfach so einmal durch. Dann ist der auch sauber? Ist der auch sauber. Okay, dann ist das geil, dass der da drin ist. Sowieso immer rausschrauben. Weil theoretisch kann halt hier auch mal ein Blatt hängen oder so. Aber von unten ein bisschen Wasser rein. Und dann sollte das Ganze wieder... Aber ich sage mal, dadurch haben wir ja einen Molassefänger. Keine Optik von einem Molassefänger. Und dass der hier drin ist, wenn du gerade einen Kopf geraucht hast, hast du hier Asche drauf. Der Kopf ist vielleicht noch heiß. Nimmst du eh gerade den Teller, gehst in die Küche. Genau. Und dann hast du den mit durchgeführt. Okay. Also ich wechsle den Kopf eh immer dann mit Teller abnehmen, in die Küche tragen und neu vorbereiten. Also könnte man den Molassefänger sowieso direkt reinigen. Ich als faule Sau bin gespannt, ob ich das hinkriege, dass ich den wirklich einfach so immer nur einmal durchspüle. Gut, aber ich hatte jetzt auch den Kopf jetzt nicht so gebaut, dass da wirklich Tabakblätter ohne Ende drin lagen. Müsste man natürlich dann nochmal wirklich mit kleinen, feinen Tabakblättern testen, die dann halt auch wirklich durchfallen. Okay, Blow-Off-Verstellung. Und zwar bei den Plus-Varianten, bei der Premium, bei der Launch, kannst du hier an der Krone drehen. Wie viele habt ihr? Wir haben unten zwei Stück. Wir haben das Ganze wirklich sehr, sehr minimal gehalten. Einmal horizontal von unten nach oben und einmal horizontal zur Seite durch die kleinen Löscher, die hier unten angebaut sind. Und wenn man den ein bisschen anhebt, kann man den Ring hier unten drunter noch switchen und dann würde... Und der sitzt da aber einfach nur drauf? Genau. Okay, aber der fetzt auch nicht weg. Und der würde dann einfach nur zusätzlich zu den anderen Blow-Offs entweder am Teller oder den halt komplett weg. Ja, wild. Okay, das heißt, wir haben einen neuen Diffusor, ein teilbares Tauchrohr. Wir haben Blow-Off-Verstellung, wir haben den Molassefänger, wir haben den Schliff, der aber auch gleichzeitig kein Schliff sein kann, wenn man möchte. Und wir haben drei Modelle. Also wir haben die ganz, ganz schlichte Shisha, das ist die Edition 5 Launch. Einfach Launch, dann Launch Plus. Launch Plus und die Premium Plus. Okay, aber bei der Premium gibt es... Achso, bei der Premium gibt es nur eine Premium Plus und gibt es bei der Premium auch keine Basic und so mehr. Das gibt es nicht mehr. Das APS-System haben wir natürlich auch überarbeitet. Wenn man da mal drunter filmt, sieht das Ganze auch schon optisch deutlich anders aus. Das ist ja riesig. Warte, das muss ich mir mal angucken. Das sieht ja absolut gigantisch aus. Wie ist der Durchzug auch nochmal besser? Das ganze Team findet, dass der Durchzug nochmal ein gutes Stück besser geworden ist. Natürlich muss man aber auch da sagen, wenn du in Verbindung mit dem Diffusor rauf und mit dem Molassefänger... Der Molassefänger killt natürlich auch nochmal ein bisschen Durchzug. Ich fand es jetzt nicht extrem schlimm. Wir haben aber noch ein weiteres Feature mit eingebaut. Und zwar, wenn wir den Teller abmachen und was natürlich auch ist, was ich noch gar nicht gesagt habe, wir haben hier ein Sleeve-System. Das heißt, wenn du hinter dir... Ja gut, ist ja dumm, wenn ihr oben einen Blower auf habt, muss das ja so sein. Genau, weil wir haben auch schon in unserer Vitrine, zeigen wir den Kunden auf der Messe, was noch so alles geplant ist, was wir noch im Kopf haben. Und da gerade passend zu den neuen Pastellfarben ist natürlich das Ledersleeve. Oh, Junge, das ist absolut Premium. Und was hat es sich hier unten? Wir haben hier unten auch nochmal was Cooles verbaut. Wenn du da mal rein filmst... Eine Durchzugsverstellung? Eine Durchzugsverstellung. So, wenn du jetzt die Shisha anmachst und den Kopf noch nicht angeraucht hast, da noch nicht Molasse runtergelaufen ist, Kondenswasser... Dann kannst du dieses Schlauchendstück mit Magnet nehmen, da ist eins dabei, und kannst die Kugel nehmen... Alter! ...und verstellen. Du kannst entweder das Kleine blocken, oder das Große blocken, oder keins blocken. Das ist die Verminderung vom Durchzugsverstellung extrem. Darf ich mal probieren? Ja, okay, normal wäre da ja was drüber. Das ist ja wild. Dieser Einbau liegt quasi plan drin. Dichtet halt ab. Den musst du dann halt nach den Markierungen ausrichten. Wenn du dir die Shisha frisch angemacht hast, das System noch nicht mit Kondenswasser verdreckt ist, sage ich mal... Und das hat auch die Lounge Plus? Die Lounge Plus und die Premium Plus haben das Feature. Geil. Das heißt, ich kann jetzt literally sagen, jetzt rauche ich einen Funnel, dann will ich guten Durchzug haben. Ah, jetzt habe ich mir ein Meerloch gebaut, da will ich ein bisschen strengeren Durchzug. Oh, das war mir zu streng, ein bisschen streng. Geil. Genau. Weil ich glaube, viele Leute, gerade so fluffige Meerlochraucher, die haben oft gesagt, Durchzug-Edition einfach zu krass. Das System ist durch diese Verstellung ist das schon deutlich verringert. Wenn du jemand bist und sagst, der Durchzug von der Edition 4 ist mir extrem wichtig, ich brauche diesen extrem offenen, dann tust du einfach diesen Einsatz mit der Kugel raus. Achso, du kannst das ganze Ding hier rausschrauben oder was? Du kannst, das hält die Krone fest und das Teil kannst du quasi rausnehmen. Ah. Also das kommt raus und wenn du sagst, hier Edition 4 Durchzug, ich brauche offen, dann schraubst du das Ding rein. Und ist der Durchzug dann wie bei der 4er oder besser ohne die Dinger? Ist besser ohne alle Features. Also noch offener? Bei der Premium ist er besser, bei der Edition 4 ist es ohne diese ganzen Features, ist er ziemlich gleich. Okay. Also und die Edition 4 war ja auch. Aber der war ja auch eigentlich immer so das Ding, woran man alles gemessen hat, ne? Genau, der Durchzug von der 4er war schon sehr, sehr offen. Aber für alle Leute, denen das nicht so gut gefallen hat, die lieber was anderes hätten? Genau, ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, wenn du noch nicht geraucht hast, kannst du das wunderbar hier mit einstellen, mit dem Schlauchendstück. Ja. Wenn das System jetzt schon eine halbe Stunde, Stunde läuft und da Kondenswasser drin ist, möglicherweise auch Molasse, dann ist das System halt deutlich verdreckt. Dafür haben wir diesen Magneten. Der ist krasser oder was? Und der ist so stark, dass du da gefühlt alles durchziehen kannst. Okay. Weil normal liegt da ja auch noch die Rauchsäule drüber, ne? Genau. Die Rauchsäule kommt dazu, wenn das Leder-Sleeve halt auch nochmal Edelstahl unten drunter. Das ist schon eine sehr, sehr gute Wandstelle. Und trotzdem reicht der Schlauchanschluss da am Anfang? Am Anfang reicht er, ja. Das haben wir auch ausgiebig getestet. Wenn das System verbaut ist mit der Kugel, ist der Durchzug schon ein bisschen straffer. Und du kannst es einstellen, dass es meiner Meinung nach wirklich auf Tradi-Niveau ist. Krass. Also von super offen zu Tradi. Gefühlt, ja. Da können wir in der Zukunft theoretisch auch verschiedene Einsätze machen, die noch krasser verringert einen Durchzug bringen. Da bleiben uns die Chancen eigentlich komplett offen. Ich denke, Sleeve-technisch wird auch noch einiges kommen, was sehr, sehr cool ist. Ja, allein das Leder-Sleeve sieht ja schon killer aus. Moe, schön, dass du uns das hier geblockt hast, dass wir uns die angucken konnten. So, nachdem ihr ein bisschen was über die Modelle und die Preise erfahren habt. Premium Plus kostet 400 Euro. Die Lounge Plus kostet 330. Und die normale Lounge kostet weiter 270 Euro. Wir haben jetzt hier eine Lounge Plus. Die Lounge Plus hat, wie gesagt, die neuen Feature. Einmal die verschiedenen Blow-Offs. Ich zeige euch die kurz. Und außerdem habt ihr vielleicht schon oben gesehen, dass da noch ein Blow-Off rauskam. Und zwar, dann haben wir da oben diesen Ring. Und den Ring können wir auch drehen. Eben war an. Jetzt müsste wahrscheinlich aus sein. Ah, es gibt verschiedene. Es gibt verschiedene. Okay, ich lasse mal so. Jetzt ist nur unten. Genau, das heißt, wir haben den neuen Tellerschliff. Wir haben oben einen verstellbaren Blow-Off. Wir haben unten einen verstellbaren Blow-Off. Wir haben den neuen Diffusor. Und wir haben die Möglichkeit, mit dem Schlauchanschluss hier diese Kugel zu verstellen. Da habe ich eben schon mal ein bisschen mit einem etwas stärkeren Magneten rumgespielt. Das war krass, als die Kugel auf einmal reingeflogen ist. Und mein Durchzug sich wirklich halbiert hat. Was mir allerdings nicht gut gefallen hat, ist, dass das Ganze anscheinend nicht so gut mit dem Schlauchanschluss hier funktioniert. Also anscheinend muss man dafür dann doch wirklich diesen Magnet nehmen. Aber vielleicht, wenn dann daheim die Pfeife sauber ist. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Ich bin froh, dass die Edition 5 da ist. Und wir rauchen die jetzt noch ein bisschen.